Heute nehmen wir uns ein ganz heißes Eisen vor. Unser tägliches Brot. Die meisten Deutschen essen es nämlich wirklich jeden Tag, oft sogar zu mehreren Mahlzeiten. In knuspriges Brot zu beißen, ist zweifelsfrei ein Genuss. Doch was wäre, wenn dieses Grundnahrungsmittel in Wahrheit ein Wolf im Schafspelz ist? Was genau in Ihrem Körper passiert, wenn Sie Brot essen und welche Folgen es haben kann, erfahren Sie in diesem Video. Etwa 56 Kilo Brot isst jeder Deutsche pro Jahr im Schnitt. 56 Kilo. Jeder von uns isst also statistisch gesehen mehr als einen kompletten Leib Brot pro Woche. Allein diese Info sollte uns schon skeptisch machen. Könnte es sein, dass wir uns ein bisschen zu einseitig ernähren? Brot ist seit Jahrtausenden ein Grundnahrungsmittel. Aber je weiter die Wissenschaft voranschreitet, desto mehr Schattenseiten enthüllt sie. Schauen wir uns einmal an, was Sie im Körper anrichten, wenn Brot Ihr Hauptnahrungsmittel ist. Den Begriff Gluten haben Sie sicherlich in den letzten Jahren öfter gehört. Gluten dient als übergreifende Bezeichnung für die Speicherproteine in Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, Roggen und Gerste. Gluten ist ein sogenanntes Klebereiweiß. Die klebrigen Eigenschaften sorgen dafür, dass der Brotteig geschmeidig und später luftig locker wird. So köstlich ein frisches, luftiges Baguette auch ist, viele Menschen kriegen Probleme, wenn sie Gluten essen. All voran betrifft das natürlich die Menschen, die an Zöliakie leiden. Bei dieser Erkrankung besteht eine Intoleranz gegen Klebereiweiß. Als Folge bilden sich die Darmzotten zurück oder werden zerstört. Aber auch viele andere Menschen haben bei Gluten kein gutes Bauchgefühl. Schätzungen zufolge leiden etwa 10 bis 13 Prozent der Weltbevölkerung an der sogenannten Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität. Immer mehr Wissenschaftler sagen inzwischen sogar, dass es keinen Menschen gibt, der Gluten wirklich gut verdauen kann. Unserem Körper fehlen bestimmte Enzyme, sogenannte Peptidasen, die dafür nötig wären. Ein gesunder Mensch mit einer starken Verdauung kommt damit in den meisten Fällen einigermaßen klar. Bei sensiblen Personen zeigen sich Verdauungsprobleme, Brain Fog und sogar neurologische Symptome. Sie stellen dann oft fest, dass sie sich ohne Gluten viel besser fühlen. Ein großes Problem ist, dass Gluten Entzündungen begünstigt. Es kann die Darmschleimhaut schädigen und ihre Durchlässigkeit erhöhen. Sie kennen das vielleicht unter dem Namen Leaky Gut. Darüber habe ich bereits ein Video gemacht, weil es ein häufiges Krankheitsbild ist. Den Link finden Sie hier oben und unten in der Beschreibung. Eine Studie im renommierten Magazin Nutrients zeigt, dass Gluten die Zonulinfreisetzung erhöht, was die Darmbarriere durchlässiger macht. Das kann chronische Entzündungen im Körper fördern und steht in Verbindung mit verschiedenen Autoimmunerkrankungen. Deshalb wird bei Krankheiten wie Hashimoto, Rheumatoider Arthritis oder Multiple Sklerose häufig eine Glutenfreie Ernährung empfohlen. Sie haben das Gefühl, dass Ihr Verdauungssystem mit Gluten gut zurechtkommt? Vielleicht gehen im Inneren Ihres Körpers Dinge vor sich, von denen Sie gar nichts merken. Neben dem Gluten ist ein weiteres Problem, dass Brot einen sehr hohen glykämischen Index hat. Das heißt, es lässt Ihren Blutzucker nach einer Mahlzeit sehr schnell und sehr hoch ansteigen. Je mehr raffiniertes Mehl die Brotsorte enthält, desto stärker ist der Effekt. Brot besteht zum Großteil aus Kohlenhydraten und davon essen die meisten Menschen ohnehin zu viel. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Verfechter von Low-Carb-Diäten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Sie sich mit Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide deutlich mehr Gutes tun als mit einer Scheibe Weiß- oder Mischbrot. Immer wieder werde ich gefragt, ob eine kohlenhydratreiche Diät zu Diabetes führen kann. Bei diesem Thema sind sich die Experten nicht einig. Es gibt durchaus Studien, die einen Zusammenhang herstellen, aber wie gesagt, es kommt immer auch darauf an, welche Kohlenhydrate Sie wählen. Aber warum ist es eigentlich so schwer, auf Brot zu verzichten? Jetzt wird es richtig interessant. Ähnlich wie Zucker kann Brot nämlich fast so etwas wie ein Suchtverhalten in uns auslösen. Bestimmte Substanzen im Gluten, beim Weizen ist es zum Beispiel das Gliadin, wandelt der Körper beim Abbau in Peptide um, die eine opioid-ähnliche Wirkung haben. Sie haben ganz richtig gehört, Brot wirkt wirklich ein klein bisschen wie eine Droge. Das ist natürlich jetzt etwas überspitzt, aber es ist gut belegt, dass Gluten das Gehirn beeinflusst. Einige Studien wie eine Arbeit des Teams rund um Dana Kelly von der Maryland Medical School stellen sogar eine Verbindung von Gluten und Schizophrenie her. Bei vielen Patienten wurden Antikörper gegen Gliadin gefunden, obwohl sie keine Zöliakie hatten. Ein weiterer Punkt, warum Brot problematisch sein kann. Getreide enthält Phytinsäure, einen natürlichen sekundären Pflanzenstoff. Phytinsäure kann die Aufnahme von Mineralstoffen wie Eisen, Zink und Calcium hemmen. Ulrich Schlemmer vom Max-Rübner-Institut in Karlsruhe beschreibt in seiner Arbeit, dass eine phytinsäurereiche Ernährung zu Nährstoffmängeln führen kann. Alle Studien finden Sie wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Wahrscheinlich denken Sie jetzt, aber die Menschheit ist doch schon immer Brot. Das stimmt, aber nicht das Brot, das wir heute kaufen. Erstens hat der heutige Weizen nicht mehr viel mit seinen Vorfahren zu tun. Er enthält zum Beispiel viel mehr Gluten als früher, weil das die Eigenschaften beim Backen verbessert. Zweitens wird Brot heute im Schnellverfahren hergestellt und enthält oft versteckte Geschmacks- und Konservierungsstoffe. Früher wurde Brotteig oft tagelang fermentiert, bevor er gebacken wurde. Eine solche langsame Führung hat den Vorteil, dass ein Teil der Phytinsäure und des Glutens abgebaut wird und der Körper das Brot dann besser verdauen kann. Jetzt meine Tipps für gesünderes Brot. 1. Kaufen Sie Brot aus alten, weniger hochgezüchteten Sorten wie Einkorn, Emmer oder Urdinkel. 2. Achten Sie darauf, dass das Brot aus gekeimtem oder fermentiertem Getreide besteht. Zum Beispiel ein langsam geführtes Sauerteigbrot. 3. Sorgen Sie für Abwechslung. Inzwischen gibt es tolle glutenfreie Brote oder Varianten mit einem höheren Eiweiß- und Ballaststoffgehalt. 4. Kombinieren Sie Ihr Brot mit eiweißreichen Lebensmitteln, um den Blutzuckeranstieg zu verlangsamen. Wenn Sie diese Tipps beachten, kann Brot durchaus ein Teil einer gesunden Ernährung sein. Das Baguette oder Frühstücksbrötchen sollte aber die Ausnahme bleiben und besonderen Anlässen vorbehalten sein. Um unser tägliches Brot bitten wir ja schon im Vaterunser. Aber bitten Sie um das richtige Brot. Ganz herzlich, Joerich Bauhofer. Das Baguette oder Frühstück trifft. Das Baguette oder Frühstück trifft. Das Geist von diesem Zitort macht vorbehalten sich um das Zitur für ihr. Und es gibt mir das berühmte, wenn wir fühlen, dass es nicht gut. Aber ich liebe das Zitur für Römer geht. Und es gibt es nicht so für die Wandern, dass es nicht nur das Zitur für Sie unser Zitur für diesen Zitur für sie nutzen. Vielen Dank.